Janett Biedermann überrascht ihre Fans mit freudigen Neuigkeiten Janett Biedermann, 43, ist sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin erfolgreich. In den vergangenen Jahren war sie immer wieder auf Tournee und hatte musikalische Auftritte. Ihr letztes Album DNA erschien allerdings bereits 2019. Doch nun gibt es gute Nachrichten für ihre Fans. Fans in freudiger Erwartung auf die neue Musik von Janett Biedermann. Die 43-jährige ehemalige GZSZ-Darstellerin postete auf Instagram eine Reihe von Fotos aus dem Studio und verkündete, Zurück im Studio. Wir sind fleißig und nehmen gerade schöne, neue Musik für euch auf. Dabei bindet sie ihre Fans aktiv in den kreativen Prozess ein. In dem sie Fragen stellt wie, was würdet ihr euch wünschen? Welche Themen würdet ihr gerne in einem Song hören? Was bewegt euch gerade? Die Resonanz auf ihren Beitrag war überwältigend und innerhalb weniger Minuten kamen zahlreiche begeisterte Kommentare zusammen. Es sieht so aus, als ob ihre Fans es kaum erwarten können, schon bald wieder neue Songs von Janett zu hören. Bis dahin heißt es, sich in Geduld und Vorfreude üben.